...einige Vertreterinnen der Lampedusa in Hamburg-Gruppe anwesend sind, die seit übernimmert und kämpfen, ihren Status als Kriegsfrüchtlinge zu einem anderen anerkennen zu lassen. Und sie sind gekommen, um für euch ein paar Worte an euch zu richten. Nehmen wir uns dafür Zeit. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Ja, danke schön. Wir sind sehr willkommen. Wir sind hier, 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 wir sind hier. You see, these four young men here, we are representing that historical group, Labalusa-i-Hembok. So, well, this is one of the famous groups that has been here for the past one and a half year in Deutschland. We have been here fighting for political fights. And this political fight, not only that we are refugees, but we are talented and skillful refugees from Libya that was affected by war in Libya. And our political fights, it becomes so strong. As it's strong, so also we determine to fight to the end. And also I want to tell you that this fight does not be drawn to Labalusa group anymore. It's for you and me to fight together. Thank you, thank you, and we have laid a foundation in Hamburg. Then you as a supporter, solidarity groups, all the supportive group, organization, individuals, institution, students, in all works of life that are supporting this group, both home and abroad. We have given you the mandate to fight and win this fight. And the glory will be yours, not me. I also want to tell you that we have been in Hamburg for one and a half year. The government refused to respond to our demands. Our demands are very simple. No, we need working permit. We don't need charity. We don't need social money. We don't need to eat and sleep and that's all. No. We are working class that were affected by war in Libya. And this is what we demanded from government in Hamburg. But they refused. And they have taken our rights from us. And this is our right we are fighting for. And up to today, we are ready. We are prepared. We are determined. To do so till the end. Because what we believe as a group solution is that the law was made for man and not man was made for law. Therefore, no. Do so till the end. The law is made for the law. Thank you. Wir sind in eine sehr schwierige Situation. Wir sind traumatisiert. Wir haben unsere Zukunft verloren. Wir haben nichts zu lassen. Nach drei Jahren, wir sind in der Krieg in Libyen. Wir dependen auf Solidarität. Wir wollen eine Stoppe machen. Diese Gruppe wird ein globales Gruppe in Hamburg. Es passiert hier, und wir sind da. Wir haben Sie auch auf der 5th Juli eine große Demonstration. Wir wollen Sie, all of Sie hier, sein in Hamburg sein. Um das Gesicht von Hamburg zu zeigen, um die Regierung zu zeigen, um die Solidarität zu zeigen, um das Liebe zu zeigen, das mit uns zu zeigen, dass wir bis zum Ende kämpfen müssen. Eine kurze Zusammenfassung. Die Gruppe Lampedusa in Hamburg ist seit über einem Jahr in Hamburg. Flüchtlinge aus Libyen geflohen wegen des NATO-Kriegs nach Italien gekommen und dann nach Norden geschickt worden und in Hamburg gelandet. Der Senat hat sich seit dem ganzen Jahr keinen Millimeter bewegt. Es gibt keine Lösung für die Gruppe in Hamburg zu bleiben. Aber genau das ist das, was die Gruppe Lampedusa in Hamburg mit ihrer Fluchtgeschichte will. Und dieser Kampf wird weitergeführt bis zum Ende. Und das, was Asuko eben gesagt hat, Gesetze wurden nicht für die Menschen gemacht, sondern Gesetze wurden von Menschen gemacht. Und aus diesem Grund ist das eine Einladung und eine Aufforderung an uns, an euch alle, sich zu beteiligen an der gesamten Flüchtlingssolidarität, beziehungsweise an der Gruppe Lampedusa in Hamburg. Die Solidarität findet statt, auch auf der Straße am 5. Juli in Hamburg. Große Demonstrationen für Lampedusa in Hamburg. Dankeschön! Dankeschön! Wir sind hier, mit dem Standorten. Wir sind hier, mit dem Standorten. Okay. Das ist Lampedusa in Hamburg, in Hamburg. Wir sprechen jetzt wieder. Tag! Tag! Tag!